so einen wunderschönen guten tag bei uns ist die rieke und die rieke hat uns was tolles mitgebracht rieke dein großer auftritt sage uns allen jetzt was du tolles mitgebracht hast bämm leg los ja ein apfelstreuselkuchen juhu und der riecht der riecht unglaublich toll und das der oberhammer ist dieser apfelstreuselkuchen ist verziert mit kannst du das kannst du das einfangen du bist jetzt aber auch kleine sternchen kleine perlen und sternchen sind dabei das macht das ganze super attraktiv so auch noch oben so sieht es aus und dann noch diese hübsche frau dazu die das auch noch mal attraktiv also mehr geht ja eigentlich gar nicht jetzt muss der apparat nur noch schmecken das glaube ich auch so sieht auf jeden fall aus wir sagen auf jeden fall vielen dank fürs mitmachen und toller gucken vielen dank und jetzt viel spaß vom schuh aus dankeschön